Hi! Ähm... Ja? Ich mal... ... ranzukommen? Was? Hast du so gesagt? Ja, da hast du plötzlich guckt, den sagst du noch nicht. Was? Was war das? Was? Samus kann ich so umspringen, ok? Sieh sein! Was? Du musst umspringen, wenn du... Hab ich da was geplappt? Nein, du hast auch nicht gesprungen! Das lohnt sich bei der Mauer! Aha! Das lohnt sich bei der Mauer! Warum? Da, wo du nicht geatest! Ah! Das ist gemein! Das ist gemein! Das heißt, du brauchst für das Ding auch noch den Chefs X-Ray. Hast du, du weißt, wo und wie viele Plattformen sind? Hast du aber auch nicht wusste, dass sie Plattformen sind? Also wüsst du nicht mehr, dass sie Plattformen sind? Wüsst du nicht mehr, dass sie Plattformen sind? Ich bin ja anscheinend auch so random dagegen gestoßen. Stoßen? Stoßen? Ich wollte halt über diese... Rechts von dir? Über diese gelben Säule... Geht jetzt, wer das Lachen kann! Das ist der Überwachstumsraum! Einen, Ąun! Arsch ist doch! Ja, mit dem Kappel hier blieb. Du hast ja mit dem Spree da. Ja stimmt, das kann ein bisschen. Ja. Der müsste doch theoretisch in dem Raum da sein. Genau. Oder? Und da kommen wir ja. Hier. Hier. Das ist doch keine Rave Tür. Wir hätten den Rave da noch nicht. Da muss es der sein. Das ist doch keine Rave Tür gewesen. Oder Rave. Niemand sind Rave Tür. Ja. Ich glaube du hast eingeschlossen. Meinst du? Unmöglich. Warum? Was warum? Warum? Hast du einfach rübertanken können? Nein. Mit der Screw Attack schon? Ja, mit dem Screw Attack. Geh weg! Warum gibt's den wirklich nicht mal? Das ist, heute ist doch eine Screw Attack gut. Ich weiß, das ist aber stärkste Angriff theoretisch. Wie hast du übrigens einen Artikel geholt? Ich weiß nicht doch. Was willst du? Powerbomber. Schön, dass wir für eine Powerbomber verwenden müssen. Warte. Warte. Da. 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 Muss ich wieder blockieren? Ja. Hm? Okay, es war hier. Oh, der Eis-Spreader. Eis-Spreader. Oh. So. Und das sieht so aus. Mit dieser Waffe kann die Tür nicht geöffnet werden. Also der macht eine ganze Menge Eis. Müsst du? Wie viel müssen wir das verbrauchen? Von... Zehn? Zehn. Warum brauchen wir da zehn Missals? Weil er ist eine starke Waffe. Und er kann nicht bei Gegner zurück, oder? Ja. Okay. Da 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 da... Das heißt man kann den Tür zum Ende das Spiel zu kurz nicht mal sperpeln. Ja. Tschüss. Doch! Ich liebe diese Barbektür. Wo geht's da dann? Wo ist diesen Teil der Oberfläche? Ich muss da mal einen Gant setzen. Ja. Was hat sie denn getan? Das ist doch ein cooles Mädchen. Au, au, heiß. Und diese Dinger sind jetzt gerade nicht mehr da. Welche Dinger? Diese Insel, die ich anschließen muss zum Umbrechen. Achso. Hi! Was machst du da? Ja, okay. Ja. 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 Hier ist K.O. Generator 10. Was? Ist der entstanden? K.O. Generator. Ja. Ja. Samus muss echt gleich sein, wenn ihr so eine Scheiße macht. Ja. 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 Jetzt kann ich das komplett runterfallen können. Nein. Er ist aber bei ihm auch. xo rail Ja klar, schieben wir die Decke einfach hoch. Ich weiß nicht wo die Tür ist, schieben wir die Decke einfach hoch. Ja, der Decke hat wahrscheinlich auch so viel Drogi. Jetzt wissen wir, dass der Lava perfekt passt. Du hast ja auch in Lava gelandet. Ich habe glaube ich eine Baupunkte. Wenn ihr euch da oben seht, ich sehe da oben schon die Truhe. Die was? Die Trümmer. Achso, ich habe Truhe verstanden. Ja, ich sehe da oben schon die Truhe. Ich bin kein Serdar. Ja. Wäre auch eine geile Einspielung. Da ist noch eine Truhe gesteckt. Wie ist denn, ich habe das hier runtergekommen? Ich wollte direkt ein Wammtier. Gibt es hier eine Bauerwärme? Ja. Bauerwärme. Wie ist das denn so schnell? Ja. Ja. Eieiei. Missiles Was? Was sagst du? Missiles Was ist der Powerbomb? Was ist denn? Das ist zu faul Ja Schade Aber da muss auch so einen leichten Ich will sterben dran Dass so eine Scheiße abzieht Ich glaube heute ist ein Fußballspiel Wie kommst du auf? Weil da Leute draußen jubeln Interessiert uns das? Nein Aber sagst du es dann Was haben wir da? Plasma Ich bin beim hängen geblieben gerade Ich habe keine Klasse mehr Der hochtemperierte B Ja 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 Geht jetzt nicht Lass mal die können das alles abfackeln Oh das schaut cool aus In der Stadt Ja Ja Du fälzen da aber So Wo geht es dahin? Perfekt Da können wir das ganze Fleisch schmelzen Genau und Den vorletzen von der Gitarre war Mon Gab es da Gab es nicht irgendeinen Metroid-Game wo die Metroid So, jetzt findest du das in Kassler-Beeporn? Das war der Nova-Beep. Also Corruption-Beep. Ich hab keine Siale. Ja, das müssen ja die meisten Gegner-Beeporn bezahlen. Da verschwindet die Legende. Datenbankscans 90% und Gefundene ITs 70%. Aber heiß. Rolf. Was ist dahinter? Wir sollten vielleicht mal wieder speichern. Haben wir schon mal gespeichert? Nein. Ich glaube einmal. Ja, nach dem ersten Part. Oder im ersten Part. Erst was soll ich denn? Du hast den ersten Part gemacht. Stimmt, du hast gesagt, da ist eine Tür, da kannst du eingehen, da war bloß Speicherung. Genau. Nee, das war am letzten Mal. Nee, das war... Nee, das war... Weil ich gesagt habe, hey, da ist eine Abkürzung. Nee, das war so, du hast gesagt, hey, dahinter müssen Speicherung sein, da war bloß der Eisbeep. Genau. Eiswüchte vom Predraner. Er ist ein Trager. Ich will... nicht dort lang. Ich will dort lang. Ich will dort lang. Ich will wieder zum normalen Gebiet. Obwohl... Ich brauche nur Energie. Hier... Na... Ich will eigentlich nicht, aber egal. Ich will eigentlich nicht, aber egal. Ah nee, der Energie. Ich habe noch Energie. Why you don't have a red bull? Was, ich habe noch... Da, da kannst du auch schweizen. Es war eigentlich kein Zufall, dass ich dort nochmal hier gegangen bin. Ich dachte, das war auch da woanders. und das muss man auch so sagen da machst du nicht ja ich glaube im Castaldom ist noch ein Messer-Container und du hast gerne Power-Bombs, ja? ja, stimmt obwohl man irgendwas hatte, passt das würdest du auch gleich holen ja, da muss ich ja trotzdem ist der ganz verbrannt? ja wow Samus ich sehe gerade wie scheiße geil die Waffe am Mess ausschaut ja als ob so leichte Lava-Dinger in der Waffe umgehen hier kann man was mit den Köpfen machen oder nicht ja ja das war glaube ich da oben so ein Eis-Klotz runterwerft wenn man dann im Eis einschlägt was Jumt ist jetzt in der G-Tank naja wir sind dran drin ach schon weißt du nooo was hast du gerade gesagt? was hast du gerade gesagt? ne no hab ich gesagt achso machst du jetzt mal ja 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 das blöde ist der bleibt stehen so nach sobald jemand dran hängt also muss ich hin an bestimmten Punkt an bestimmten Punkt you have 14 minutes to get this missing shit ja 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 das machst du da das muss runterfallen ja schön dann geh die 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 noch fünf Sekunden Auch 90 Missiles War das von der Gravitationssee? Irgendwo gab es noch einen Titan Das war beim Gravitationssee Wo wir glaube ich einen riesigen Eissapten schmeißen mussten Äh, ja Hallo? Darf ich nicht gerade hinterher? Na, hallo? Na, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Jaaa! Wir bilden die Powerbombe mehr! Warte, Scannzeug. Ja, das ist nix. Ich weiß nicht, ob wir das machen können. Okay, was du jetzt? Die Steine. Die Steine. Und das ist der Unterzentrum zu. Wache ist kaputt! Achja, genau. Das war Romar. Ich hole den Flankwerfer. Kommen wir erst, wenn wir wieder in den Personenboomen sind. Wer reicht dir aus? Die Explosion hat meine Fernbedienung gestört. Siehst du jetzt nicht, ich bin? Ne, schau. Ein Missail! Mehr Raketen. Ist das falsch? So, 74 Items gefunden. Prozent. Hier gibt es glaube ich nichts mehr. Ja, schon. Ich gehe wieder zurück und da ins innere Forschungsbereich. Vielleicht kann ich noch das Atem packt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Danke, das bringt jetzt was. Ich weiß es nicht. Kau, Nex! Ich weiß nicht, wie toll ist es. Kau, Nex. Ich weiß nicht. Da gibt es die meisten Statspiele 11 Türen. Es muss verschiedene Bibetüren geben. Was ist das? Ist doch schon tot. Ist doch schon tot. Nein, das ist nicht, ist doch was anderes. Da leben noch eine Sache. Ja, das war total schuldfauer. Ich war okay. Ah, ja! Kommst du, Mami? Ich will nicht bespielen. Warum hast du dein Power Beam nicht abgeschossen? Das war geil. Du musst ihn jetzt supern können. Ja, ich wollte aber nicht supern. Warum? Es macht Spaß, Overquills zu machen. Was, glaube ich, auch ein leicht gutes Gimmick ist, meine Waffe ist hier ultra heiß. Wegen dem Plasma. Das ist hier schon klar. Hier normal. Hier ein bisschen heißer. Und hier... Ist das nicht normal? Voll normal. Was? Voll normal. Ja, das war's. Ja, man, du da. Ach so, ich bin fast. Da fragt man sich auch, wie fett Samus ist aus, so eine extrem wützte Waffe zu halten. Da fragt man sich auch. Ja. 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 2 Minuten noch. Schau mal. Ich hab doch jetzt die Dattel in den Zahn geschlagen. Ja. Fick dich. Ja. 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 Ich glaub niss halt. Ich glaub niss. Ja. Ich hab das alles schon weggeballert. Ich glaub gemerkt. Ja. 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 Mach mal langs nochmal. Warum? Ich will das Artefakt sammeln. Ja. Ja. Wirst du im nächsten Fall noch zu schalten? Ja. Das dritte von den Zahn 12. Das dritte? Ja. Das sechste? Nein, das dritte. Da steht das dritte. Ich hab aber sekt auf der Paktion. Wie kommen wir hier wieder raus? Das schluckaufsackt. Das schluckaufsackt. Das schluckaufsackt. Ich will nicht blöde. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.